Ho, ho, ho! Herzlich willkommen zu einem weiteren Videotutorial zu leitstellenspiel.de. Vor ein paar Wochen haben wir euch gefragt, wie sieht es denn aus, was wünscht ihr euch denn so für Weihnachtseinsätze? Weihnachtseinsätze sind die Einsätze, die nur zu Weihnachten bzw. in der Zeit davor auftreten. Ja, ihr habt ganz viele genannt und wir haben uns davon inspirieren lassen und haben da einige von übernommen. Und zwar gibt es seit heute den Brand auf den Weihnachtsmarkt, der tritt auf ab einer Feuerwache, die Rangelei auf den Weihnachtsmarkt für die Polizei ab zwei Wachen, der brennende Adventskranz, fünf Feuerwachen, Verkehrsunfall durch Glatteis, vier Feuerwachen oder der brennende Tannenbaum. Jetzt verlese ich mich auch schon. Dafür gibt es natürlich eine Auszeichnung, die könnt ihr euch angucken unter Profil, Auszeichnung. Und um die Bronze-Auszeichnung zu erreichen, braucht ihr zehn abgeschlossene Einsätze für Silber 200, für Gold 1000. Das hört sich jetzt relativ viel an, aber ihr habt ja ungefähr einen Monat dafür Zeit. Und was auch noch ganz wichtig ist, die Einsätze werden im nächsten Jahr fortgezählt. Also wenn ihr es dieses Jahr nicht schaffen solltet, auf Gold zu kommen, dann könnt ihr es einfach im nächsten Jahr machen. So, das war es erstmal von mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Spielen. Ab dem Ersten gibt es ja hier ein kleines Geschenk, jeden Tag im Adventskalender. Aber was das genau ist, das werdet ihr erst am Ersten erfahren. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Spielen, viel Spaß beim Weihnachtseinsätzen und würde sagen, gehören uns die Tage wieder. Bis dann. Danke. Ciao.